Ich schäme mich für alles, für meine Beine, für meinen Neck, für meine Schweißflecken und die Achseln. Ich schäme mich für alles, was ich habe, was ich tun, was ich bin. Haben Sie nicht auf manchmal Lust? Empfinden Sie nicht auch manchmal eine Art Lustgefühl? Mrs. Buckleton. Ich empfinde Lust beim Essen. For example, große Stücke von Torte. Wissen Sie, Mrs. Buckleton, Lust und Scham sind Geschwister. Bei Ihnen scheint mir eines dieser beiden Geschwister etwas verkümmert. Meinen Sie? Ja. Ja, das meine ich. Aber was kann ich tun, um nur arme Dinge zu seinem Recht zu helfen? Wollen Sie auf, Torte zu essen? Ja. 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 Ja.